Winterzeit ist auch gleichzeitig Modellbahnzeit. Alles analog. Hat man immer umgestellt von analog, von digital auf analog. Und funktioniert. Alles 45 Jahre alte Fahrzeuge. Wenn man die Fahrzeuge auf geht, dann geht es um die Fahrzeuge. Das ist ein Stück weit. eine br 86 von pico die ist von 1978 45 jahre alt und dann die läuft triebwagen 140 vt 140 mit beiwagen 45 jahre alt läuft der lassen wir jetzt nur zum endbahnhof fahrer geht jetzt hier unter der anlage durch und da ist der endbahnhof und wieder retour so So, ich würde nur sagen, das reicht. Nochmal über die Anlage drüber fliegen. Bis zum nächsten Video. Tschööööö. Tschöööööö. Tschööö. Tschöööööö. Tschöööööö. Untertitelung des ZDF, 2020